hallo und herzlich willkommen mutzi auf unserer kleinen insel skysrelated minecraft hashtag und so hast du nicht gesehen ja voll durcheinander wieder wie geht es dir ja alles frech in der unabhängig alles super das ist der gerät bitte und liegt in gott braucht sie nicht pulverized lead ach ne geht auch so aber sie braucht acht stück 8 pulverized obsidian crossed da kipfer ja ist klar so was wollte ich jetzt machen ich brauche ein nether wartzen und das durch durchfall äh bitte warum fehlt denn hier eine nether wart wer hat denn hier nether warts abgebaut und keine neuen gepflanzt und es war dann wurde ich obs obs tschuldigung wollte ich nicht ich glaube das ist das erste mal dass wir den den bruder benutzen recht ich hoffe mal dass es klappt wasser rein wasser 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 rein wasser 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 rein und dann nether warts also fluido haben wir jetzt genug nur damit bescheid weist okay wie flassen gemacht so ungefähr 80 weil weil ich geistesabwesend war also wie immer nein ich muss ja den den versetzen aber der kann einfach darüber und dann kommt ein fluido alles klar das kann kurz weg was ist das überhaupt warum das kann ja gar nicht funktionieren so wo macht denn der strom draus aus charcoal ach so redstone furnace pumpt es raus okay für den drucker ist es wieder völlig zusammenhangsloser ja wollte ich gerade sagen aber so mag ich lesfurt ich mag wenn wir kein blaze fort so noch gegen blaze worden nicht wirklich das geile ist also wenn ich das richtig verstehe braucht man einen ja braucht man einen fertigen trank um dann quasi dem auto pur das ergebnis für den trank zu geben also du musst schon mindestens eingemacht haben damit der richtig funktioniert das ist gut das ist irgendwie sinnfrei das ist ja einfach der glacial extruder müsste hier stehen da an der ecke ja ist das richtig nein falsch ganz falsch fünf punkte abzug warte doch da ist er doch ja blöd wenn wieder runter gefallen naja kann man auch nicht stacken naja dann packe ich da halt auch mal ein bisschen rein item duckt habe ich jetzt über naja packe ich da auch noch ein bisschen rein ne nehm ich wieder raus kommt ins system ist ja gleich nebenan komm ich da ran ich brauche mal ein jetpack aufgeladen anders geht es nicht dauert das ja alles noch länger manchmal hätte ich echt große lust noch ein neues jetpack zu machen ein besseres aber dann dann mach halt ne dann in dem moment gucke ich mir dann halt die crafting rezepte an und dann ändert sich meine meinung auch ganz schnell wieder ganz komisch ist das das würde das irgendwie miteinander zusammenhängen ja das ist mysteriös ach man kann drei potions auf einmal machen das ist ja cool dann geht es ja viel schneller glacial extruder da ist er doch ja getroffen ok und dann muss ich entweder den stein weg nehmen aber ich nehme den stein weg zack 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 ich habe ich auch gehört was ist das überhaupt noch das ist ein überbleibs endermann das ist so ein mob nicht mein aber trotzdem brauche ich jetzt noch mit nun hm 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 gibt's doch gar nicht Melon Melon Seeds Beim 7 von Erde kommen die raus Dann müssen wir doch schon welche haben Die sehen auch ganz anders aus Die sehen aus wie ein Wie so ein Tütchen halt bei mir Im Dingspack Vielleicht habe ich es deswegen übersehen Ich guck mal nochmal Achso, ah, kann ich nicht durch Dann muss ich von der anderen Seite kommen Dann nehme ich halt den Stein auch noch weg Da, da Pumpkin Melon Seeds Yay, zwei Stück Sehr gut, ich mach mal eine kleine Melonen Farm Irgendwo Wofür brauchst du denn Melonen eigentlich? Um Heilungspotions zu machen Damit ich hier dieses Blutgedöns fertig bekomme Erde müsste ja hier unten irgendwo sein, oder? Wo ist hier Erde? Da hinten beim Auto Dirt ist hier Hier rechts Hier ist Oh, hier sind auch Schon mal mein Stack mit Das sind nur 30 Erde 3 Stacks Erde drin Gott, irgendwas läuft hier nicht ganz rund Sag mal, hier vorm Burger King Kann ich doch eigentlich so ein bisschen Erde Also Dings pflanzen, ne? Melonen Melons Ja, warum nicht Aber wir haben hinten noch Felder frei, ne? Die ehemaligen Karotten Ah, stimmt Da brauchst du dann nicht mal die Hau benutzen Ach stimmt, ich müsste ja auch noch eine Hau benutzen Ich habe gerade versucht, das direkt auf dem Gras anzupflanzen Habe ich gewundert, warum es nicht geht So, Knochen sind doch auch noch irgendwo hier sicher Und das ganze Das ganze ist zu beschleunigend Da, Knochen So, jetzt haben wir noch 39 Fluiducts Wo ist der Rest? Besteppert? Ach da Ein bisschen Cobblestone ins System Kommt auch immer gut Mal gucken, ob es läuft Jo Nein, tut es nicht Weil er keinen Strom hat Kriegt der gleich hier den Intruder vom Intruder Kriegt der vom Wo kriegt denn der Strom her? Warum kriegt denn der keinen Strom? Er kriegt keinen Strom Und wie betreiben wir den? Äh, also momentan kriegt der auf jeden Fall keinen Strom Aber da muss ich auch noch eine Energiekonduit hinleiten Warum steht jetzt da Pumpkin? Ach, hallo? Der kann ich doch von unten bespeisen, oder nicht? Von deinem Magmasystem Oh, ich hab keine Energiekonduit Ich hab nur eine Hoffentlich haben wir Redstone 15 Ja, das reicht Ja, sie hat wahrscheinlich wieder die komplett falschen gemacht Äh, Leadstone Energy Conduit Dafür braucht man normales Glas und Lead Ah, gut, dass du das gerade sagst Ich mach auch gerade welche Hä? Ach, Lead nach außen, Glas in der Mitte Alles klar So war das Du hast das nicht richtig gesagt Heißt jetzt schon wieder Wie immer Echt? Ja, ja Geil Jetzt kommt aus der Ich verstehe das hin Jetzt kommt aus dieser Aus dieser Frucht Die eben noch Pumpkin hieß Kommt jetzt eine Melone rausgewachsen Hä? Ja Genau das Juhu, Melonen So, pflanzen wir noch ein paar an Upsa Dahin kommt das Ganze Und da Da Und da Beschleunigen wir das Wachstum Ich zwack ein bisschen System Äh, Energie meine ich Nicht von deinem ME System ab Nein, nicht von meinem ME System Warum nicht? Ja doch genug Nein Natürlich Ach was Ich hab nicht genügend Also wenn ich das sehe Hat der 2000 MJ Start Das sind 200.000 R F Glaube ich Ja Und denn Ich Halt ein Auge drauf Keine Angst Warum kriegen die denn diese Energy Converts nicht hin Das ist doch Ja doch müsste reichen Das ist doch voll Kinderkacke Nee reicht nicht Oha, kein Redstone mehr Äh Wer sind noch die richtigen Haben wir hier Redstone? Redstone Energy Hab Redstone Energy Ach, sie hat das Redstone Energy Convert gemacht Ja Aber Das ist aber doch richtig Eigentlich Ach nein Aber dafür brauchst du doch gehärtetes Glas oder so Hat sie ja gerade hier gemacht Deswegen war sie bei unserem Einductive Gedöns Ja, dann hat sie das falsche gemacht Aber ich hab vorhin schon geschrieben Leadstone Energy Convert Also Hab ich jetzt nicht wirklich falsch geschrieben Hm 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 Nee Was sagt die Zeit? Äh, 13 Minuten Alles mal im Brühenbereich Ja, locker Das kam mir irgendwie länger vor gerade schon Nicht, dass es langweilig wäre hier Nein, das ist es nicht Absolut nicht Das macht mir richtig Spaß Ich freu mich auch immer, wenn Oh Oder Donaldsack ist Ja Ich auch Muss ich sagen, wie es ist Okay, das wundert mich jetzt Aber das ist nicht schlimm Was machst denn du eigentlich da rum? Der Lava Generator Verliert ein bisschen an Kapazität Was machst du da? Du sollst da nichts abzwacken Hab ich dir gerade eben gesagt Warum nicht? Weil Wenn der keine Energie mehr hat Kommen wir nicht mehr an unsere Sachen Ich weiß Ja, das da ist scheiße Wenn die Energie sinkt Ja, aber das ist nur so lange er arbeitet Danach geht's wieder hoch Ja, aber der arbeitet die ganze Zeit Oh nein Was soll ich denn sonst machen? Wo soll ich denn Energie hernehmen? Hallo Wir haben da ein Atomkraftwerk Ja, aber das ist so weit weg Merkst du was? Da muss ich noch mehr Kabel machen Ja und? Oh, ich hab jetzt ja Redstone Na gut, mach ich das Ich hab gerade schon eine Leitung gelegt Ich hab schon gearbeitet Ja, nein Mann, man, 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 man Klar, nochmal ich halt noch mehr leitung auf gut glück wo kommt noch mal redstone raus dass ich gleich neu machen kann dass da müsste aber eigentlich noch ziemlich viel da sein oder ich habe oder hast nicht alle verbrauchen ich bin gerade am verbrauchen gibst du mir dann gleich die leitung ich weiß nur die liegt schon was die liegt schon ich helfe dir bei deinem energieversorgungsproblem engpass du bist ja ein schnuch ich muss mal gerade mein jetpack laden ich auch muss momentan eben bisschen darauf warten dass dass die pumpkins beziehungsweise die anderen dings wachsen so dann schauen wir mal warum nimmst du nicht die gießkanne ja weil das nicht so hundertprozentig klappt bei denen ach so ich helfe ich helfe ich helfe mir also gut ich habe ja eben gesehen wo die lang geht was ich mach das alles gut du meinst du willst du willst hier ran ich bin so gut wie da dran verdammt wenn ich treffen wird okay und die dinger zu setzen ist gar nicht so einfach so da ist jetzt das energie dran beziehungsweise tschüss monstsee tack tack hab's leider ehrlich wenn sie wüsste was ich hier grad geben wollte so von äh von hier kannst du ja jetzt quasi bis zum atomkraftwerk mir wäre ganz lieb wenn du das ding hier dran vorbeiführst hier so hier so hier so und dann hier in meinem labor durch den boden führst wie ich hier schon angefangen hab willst du da cover raus machen dann ja später hier einfach mitten durch oder außen entlang ja ne da wo es ist dann auch geradeaus weiter okay wir haben kein problem dann mache ich die steine hier weg äh ja ich geh mal nach den dingern gucken nach den meloni's melani jetzt wollte er melani jetzt wollte er melani jetzt wollte er melani jetzt wollte er melani 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 oh sind noch vier gewachsen das ist doch ausgezeichnet scheiße so dann pflanze ich noch zwei weitere 1 2 kann ich ich kann doch auf den leitungen laufen kann ja auch so tun ist ja viel einfacher kann sogar mit schiff drauf laufen naja es ist ja wie ein ganz normaler blog oh mein musik ist gerade abgeschmiert naja gut dann bleibt es halt jetzt ruhig für den rest oh ich hab noch mal sieben melonen gut dass ich keinen geschenkt hab ach er vergoldete melonen so jetzt steht die leitung jetzt wusste er ja laufen ja Control man sehen ăn also ein bisschen sehr schön dann lasse ich mal eis produzieren jetzt hat er unendlich was muss das wasser nard geht's ach dann muss jetzt auf meinen keller und schauen was da los ist die leitung ist doch da wo ist dein problem was für eine leitung und da ist auch wasser in der leitung aber manchmal steht da halt empty wahrscheinlich registriert das system das erst wenn ich länger drauf schaue ja also in der leitung ist komplett wasser ich habe die maschine nicht richtig eingestellt wahrscheinlich auch amateur also ich weiß nicht ich habe spaß am lernen von daher bin ich wohl gerne amateur aber das bin ich dann ja nicht mehr lange wenn ich spaß am lernen habe ja ja spaß am lernen den kann ich scannen danke danke für die ach so den jack o'lantern genau kein ding so bin ich halt zu dir immer freundlich und nett das finde ich fett deine schwiegermutter du bist doch gar nicht verheiratet ne gut gut glas via weg glowstone cover weg also was könnte ich denn jetzt noch mal kurz also ich habe jetzt schadet habe ich ein bisschen gesichert ich hoffe ich komme mit water shards aus was brauche ich denn noch also ich kann jetzt ayer enchanted fabric kann ich machen okay und darauf bekomme ich aber keinen zugriff auf andere dinge ich habe genügend motors vor paving stone of warding cool weißt du wieder nicht weil er da redet paving stone paving stone of travel da könnte ich mir mal ein paar von einbauen eigentlich für unsere straße ja ich glaube das mache ich dafür brauche ich straße anzeigen straßen stein ja ich kann ich kann turbo in die straße einbauen okay laufturbo das klingt doch ausgezeichnet der stackt sogar mit haste auf den schuhen aber ich brauche stein dafür das heißt ich muss mal den fernans belegen momenten und ich brauche einiges an kabel stung dafür also in der kabel so nicht in stone wir müssen langsam karotten nach sorgen scheiße nicht so viel ich habe gedacht du hast die automatisiert ja das ist richtig dann wohl nicht so zu klappen oder nein ich glaube die kisten sind einfach nur voll ich muss mal okay aber gut ich guck mal eben nach ich glaube es sind wirklich nur die kisten du hast doch vorne in die kisten geschaut und nach erde gesucht die sind alle voll ja so recht voll aus gut dann ja dann muss ich jetzt einfach mal holz zerstören damit das system weiter arbeitet was doch so jetzt habe ich zehn instant healing potions heißt kann mir quasi dreimal meinen kompletten lebensbalken wieder füllen und das wären dann schon mal instant ja ich bin begeistert ich bin gespannt ob es jetzt reicht wahrscheinlich immer noch gut will ich aber behalten langstern kann ich wegschmeißen die kohle kann auch weg ok wir haben wir sind auch schon wieder am ende der folge angekündigt gerade jetzt ja brauchst du noch rubber soll ich das rubber aufbewahren ja was sonst damit machen wir haben extrem viel davon ich schmeiß gerade schon holz weg ohne ende damit unser system weiter arbeitet was für einen sinn macht das holz wegschmeißen willst du kisten bauen und das alles aufbewahren warum muss nicht einfach kohle draußen was dann blöcke das dauert er haben auch glöcke ja stimmt ja warte aber wir müssen trotzdem abmord machen ja ich hole noch mal eben auch das war die falsche taste ich habe gesagt wir müssen trotzdem abmord machen dann ist das jetzt nicht ja dann auch rein dann macht ihr abmord wieso ich du bist dran ich bin dran oh ist das erst die dritte folge die wir aufnehmen ich habe die erste gemacht und die dritte du hast die zweite gemacht und die vierte ok ja dann sehen wir uns morgen wieder ich hoffe es hat euch gefallen das war einfach das system ist es haut sofort wieder voll durch die item docks tschuldigung wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder reingehauen ciao